Hallo zusammen, ich bin der Erol von der HEXCP Stellen Schopfheim und möchte euch unsere Challenge vorstellen. Wir haben uns etwas überlegt, etwas verrücktes zu tun, mit dem kompletten Haze, mit der Maske und möchten Vereine nominieren, die auch so etwas verrücktes machen wie wir. Was es ist, das spielt keine Rolle, lassen wir uns überraschen. Wir nominieren folgende Vereine, Lette Hexe in Hölschte und die Hölle Schmora in Neuburg. Solltet ihr es schaffen, bis zum 11.11. auch so etwas verrücktes zu tun, wie wir es gemacht haben, dann bekommt ihr zwei Kisten Bier von uns geschenkt. Solltet ihr es nicht schaffen, ihr zwei, dann bekommen wir von euch jeweils zwei Kisten, also vier für uns. Da bin ich mal gespannt. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Herausforderung und wir sehen uns bis bald. Ciao. Wir wünschen euch. Töke, tüke, 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 tüke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020